Uttitthardha Chakrasana, die aufgerichtete halbe Radstellung. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangstellung, Samastiti, die aufgerichtete Stehstellung. Von hier beuge dich nach hinten, als ob du ins volle Chakrasana kommen willst. Und dann gib die Arme nach hinten und das ist dann Uttita Ardha Chakrasana. Uttita, weil du aufgerichtet bist, Ardha, weil du noch nicht ganz ins volle Rad hineinkommst. Also nach hinten beugen, selbst wenn es nur wenig ist, ist in der Nomenklatur von einem Swami Yogeshwarananda vom Yoga Niketan die halbe Radstellung. Und dabei bist du aufgerichtet. Mehr Informationen über alle Variationen von Chakrasana und wie du die rückbeugende Flexibilität entwickeln kannst,